Hey Leute und Willkommen zurück zu Outlast. In der letzten Folge haben wir den Kampf gegen Fetty gewonnen und jetzt geht's weiter. Au, das hat wehgetan. Fick dich Fetty, Fick dich Fetty, du kriegst mich nicht, du bist da irgendwo, das weiß ich. Er kriegt mich nicht. Oder ist der erst auf dieser Seite? Aua. Scheiße, ist er dir getaunt. Oh kacke, der ist auf dieser Seite, glaub ich. Ich see gar nichts. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj погiWicks hub heed Du bist zu fej. україн Herr, warum ist er auf einmal so hell? Oh Gott, ey, diese ganzen Leichen hier. Das ist eine Batterie, wenigstens. Und Walkman. In der Kamera. Und die Kamera mitnehmen. Okay, irgendwo muss ich hier reinkommen. Shit, Alter. Fett hat keine Chance, das ist ein Beste. Chewbacca hat keine Chance, besser gesagt. Das war wirklich knapp. Also, das ist wichtig zum Filmen. Ach, da geht's rein. Okay. Das sieht ziemlich ähnlich aus wie Feuer. Martin? Martin? Die Offenbarung ist nah, was willst du machen, weil sie verbrennen? Oder willst du dich verbrennen? Ach, so viel Tote die ganze Zeit. Nie einer damit redet. Vater Martin redet auch nur Blödsinn. Nope. Haui ist schon wieder back. Oh Gott. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Das Tyro ist ja nicht normal. Ich bin echt der Bitte, dass wir Night Vision haben. Ohne Night Vision würden wir echt verrecken oder sterben. Ich kann schon wieder nachladen. Ach, das ganze Zeit ist Nachladerei. Das nervt mich schon langsam. Hier kann ich mich verstecken, okay? Aber vor was ist schon wieder die Frage? Hier sind eine Menge. What the fuck? Ich bin wieder so ein Psychopath. Psychopath. Okay, dann Blutfolgen. Kennen wir da. Okay. Okay, vom anderen Schlag weg. Gut. Das ist ein Anfang. Oh. Okay, komm. Nicht so eine Kacke schon wieder. Na ja, solange Fett nicht durch die Tür ist. Du gehst zwei. Ist ja geil. Gott, du bist nett. Du bist nett. Sagten wir. Sagten wir- Wo soll ich anfangen mit der Suche? Und da verbrüht ich den Scheißschlüssel. Nicht für was anderes, sondern für den Scheiß hier. Nicht für den Scheiß. Fuck 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 fuck... Fynn die Körper eigenes 입니다 Erste. Finn ist natürlich völlig wichtig, aber ich glaube... Komm, der Typ. Boah. Verpiss dich. Verpiss dich, Mann. Echt, ey. Da lang, da lang, da lang, da lang. Wieso soll ich mich hier einspüren? Dieser Typ geht mir auf der, ja. Ich habe wenigstens schon eine Sicherung mal. Fuck, ey, du kommst da nicht rein. Ich muss doch noch einen anderen Weg rausgeben. Ich muss mich ganz verarschen. Was ist das wohl tun? Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich gesehen. Wo ist die letzte? Verpiss dich, Mann. Echt, ey. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, okay, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Okay. Verpiss dich, Mann. Nee, nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Echt, verpiss dich. Warum müssen hier so viele Arschlöcher herumlaufen? Ich verstehe es nicht, Leute. So, dass ich jetzt wieder viel mehr rede, aber trotzdem ist es doch arschig. Das ist die letzte. Fuck you! Schiss mal, er ist runtergefallen. Oder? Nee, warte! Warte, 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 warte! Ich weiß, wo er ist, ich weiß, wo er ist. Nee, da nicht. Äh... Nee, ganz runter nicht. Ah, und wo war der vorige? Da. Da ist er wahrscheinlich. Nee, da ist scheiß aus. Mich zählt gerade schon wieder so sehr. Das ist abnormal. Okay. Oh, jetzt ist der verrückt geworden. Echt, fick dich. Mann, fick dich einfach. Ab geht's in den zweiten Stock. Haha, geschafft. Oh, fuck, 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 fuck. Zumachen. Weißer, zu dumm eine Tür aufzumachen. Gott. Ja, den Sprung schafft er. Folge der Blutspur. Follow den Plattegern. Hey, cool, zwei Batterien. Hey, denkt an mich, Homies. Okay, 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 okay. Wäre zu schön gewesen. Och, nee. Nicht der Typ schon wieder. Hallo. Hallo. Oh, 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 oh. Ist der Weg rauf? Hallo? Oh, Gott, der sank. Scheiße. Ich dachte schon, oh mein Gott, ich bin tot. Echt. Ich spüre mich töten. Wenn ich hier weg bin, wenn ich hier echt wegkomme, dann bin ich happy. Ah, verdammt. Motherfucker. Wir werden gelogen. Vater? Hast du gelogen? Nein. 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 F*** euch, Fett und Fetti. Dick und, nee, Dick und Dicki. Leber und Zunge, ihr seid so heischlich. Echt, wisst ihr das? Kommt da mal einer? Ich höre nichts. Ich höre noch nichts. Er schnappt aber wie Sau. Okay. Egal. Okay, Leute, ich würde sagen, es reicht mal wieder für diesen Part. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Outlast oder Minecraft Cheap Town. Also haut rein, Leute. Ciao, ciao. Bye, bye. Goodbye. Ich höre. ��